Ja? Was soll das heißen? Wie lange? Alles klar. Wichser. Dazu muss ich mich nichts verloben. Gott, der Mann fickt wie ein Stier. Leider unvermögend. Noch. Also, er kann erst Ende des Jahres aus seinem Vertrag mit dem Club Med aussteigen. Und bevor ich, ich meine, du hast doch nichts dagegen, wenn ich eine Zeit lang bei dir einziehe. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Höchstens für zwei oder drei Monate. Weißt du was? Ich könnte dich im Golfclub reinbringen. Mensch, da lernst du endlich ein paar gute Typen kennen. Das ist, dass es dir fehlt. Ein richtiger Mann. Du... Das war's mal. Das war's mal. Das war's mal. Doch. Blas. Hoje. Dass du maskel serving. Du... König dazu. Wie viele? Wie viele? Du...